Sprengkommando Dann langen wir mal hin Werde alle Rückzugsmöglichkeiten sperren Neutralisiert die Ziele Infanterie erledigt Die Bombe ist scharf Drohne, erbitte Bericht Perimeter auf 10.000 Fuß über Normal Null Wenn Status erreicht Drohnen Missionszeit bei 50% Drohne Prioritätsanforderungen erhalten Umleitung Hellstorm erwartet Befehle Hellstorm Angriffsmarkierung wird hochgeladen Zwei Abschüsse Roger Talon erwartet Befehle Drohne nähert sich Vorräte unterwegs Talon im Luftraum Bombe entschärft Konterdrohne nähert Bombe an Verwündeter Blitzschlag unterlegen Kein Abschuss. Munition fast verbraucht. Terran zurück zur Basis. Reife Leistung, Black Ops. Bereit machen für die nächste Runde. Munition erledigt. Operationseinsatzpunkt wird gewechselt. Das Ziel beschützen. Verbündete Vorräte nähern sich. Drohne nähert sich. Das Ziel ist aktiviert. Das Ziel ist aktiviert. Überwachung ausgeschaltet. Der ist erledigt. Erledigt. Ladungen platziert. Drohne nähert sich Bombe deaktiviert Bombe wurde platziert Ladungen entschärft Verbündete Drohne nähert sich Abgeschossen Die Missionszeit läuft ab Vorräte unterwegs Cyborg eliminiert Die Bombe wurde platziert Feindliche Drohne gesichtet Verbündete Konterdrohne nähert sich Die Seraf wurde ausgeschaltet Reind ausgeschaltet Bombe aktiv Bombe deaktiviert Drohne steht bereit Perimeter auf 10.000 Fuß über Verbündete Klebeladung eingesetzt Infanterie erledigt Ladungen entschärft Hellstorm in Bereitschaft Verbündete Drohne nähert sich Drohnen Treibstoffkontrolle abgeschlossen Drohne verlässt Einsatzgebiet Das war's für sie Genau wie besprochen Gute Arbeit Maximierte Fähigkeiten bedeuten maximale Siege Du hast dich mit dem Falschen angelegt